Und wir gehen jetzt wieder auf Spurensuche. Unser Martin Reiter hat sich nämlich in aller Hand aus dem Tiroler Land mit Tirols einziger Heiligen befasst. Er besucht das Geburtshaus der Heiligen Notburger in Rattenberg und erzählt ihre legendenhafte Lebensgeschichte. Rattenberg ist die kleinste Stadt Österreichs und unter anderem der Legende nach auch die Geburtsstadt der Heiligen Notburger. Die Heilige Notburger ist die einzige Heilige Nordtirols. Sie wurde als Tochter eines Hutmachers in diesem Haus dort geboren. Und auf dem Haus sieht man auch die Legende der Heiligen Notburger abgebildet. Am Geburtshaus der Heiligen Notburger sieht man auf einer Legendentafel ihr Leben abgebildet. 1265 ist sie da geboren. Sie war sehr fromm, wie man am ersten Bild sieht. Hat sehr viel gebetet und ist später dann auf die Rottenburg bei Rotholz gekommen, wo sie aus Dienstmarkt gearbeitet hat. Sie war sehr sozial, hat den Bettlern von dem Schloss immer Essen gebracht und Wein. Und das hat ihrer Herrin nicht gefallen. Sie hat gesagt, sie muss das Zeug den Schweinen verfüttern. Die Notburger ist zu einem Bauern nach Eben gekommen und hat da sehr auf die Feiertagsruhe und auch auf das Bettleuten gehalten. Als der Bauer einmal wollte, dass das Korn noch eingebracht wird, bevor ein Gewitter kommt und gerade das Bettläuten war, hat die Notburger die Sichel in die Luft gehängt und sie ist mitten in der Luft stehen geblieben. Das war das sogenannte Sichelwunder. Angebaut an die Stadtpfarrkirche finden wir eine Notburger Kapelle. Dort befinden sich sehr schöne Hinterglasmalereien aus dem Leben der Notburger bei der Ausspeisung der Armen und der Bettler. Eine Figur vom Künstler Feistenauer beherbergt Reliquien der heiligen Notburger. Wir sehen da den Notburger Brunnen. Die Statue stammt vom Künstler Milonek und wurde 1970 hier errichtet. Früher hat sich hinter dem Brunnen in dem Haus der Polizeiposten befunden. Und dort hat einmal ein Polizist seine Waffe geputzt und da hat sich ein Schuss gelöst und hat der heilige Notburger den Kopf abgeschossen. Wir hoffen, dass Sie nicht kopflos bleiben und wir uns nächste Woche wiedersehen bei allerhand aus dem Tiroler Land. Nächste Woche besucht Martin Reiter das Archiv im Benediktinerstift St. Georgenberg Ficht. Dort befinden sich heute noch über 1000 Jahre alte Urkunden und Bücher.